hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge city skyline wenn wir schon mal das sehen und merken die rum nicht genügend gebildete arbeiter okay müssen wir kurz okay machen wir mal hier einfach mal eine grundschule hin sieht es bei einer oberschule aus was das universität das eine das eine wollen wir da mal noch eine hin grundschule ist okay oberschule naja damit seine da eine ja und und mach mal so aber wir wollen heute einmal u-bahnstationen bauen kriegen wir die ich mach mal kurz pause zahlen wir machen wir eine hierhin irgendeine kurz da ja das ist der radius von den oder sagt die radio sonne lärmbelastung wir müssen ja ort ist bereits belegt hmmm machen wir da noch eine hin ja hier kriegen wir keine hin so denn das war das nicht war das hier tut 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 und und Nee, das war das auch nicht. Man konnte doch... So, oder... Wo habe ich denn jetzt hier eine U-Bahn-Station gebaut? Nee, ich trottel. Oh, Moment. Moment. Das ist ja so ein oberirdisches Ding. Deswegen. Ja. 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 Und... Einmal da. Einmal da. Einmal hier. Wo hatten wir noch eine? Einmal da. Wart gefällt zu steil. Wird so mich veräppeln. Dann machen wir da eine hin. Und da. Aber wie kann ich jetzt sie verbinden? Das ist jetzt die Frage. Ich konnte mir doch irgendwie hier... Oh, oh. Ich hab... Ah... Zur Untergrund... Statistik... Nein, nicht schon wieder. Ja. 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 Ja, toll. Ich muss doch irgendwie... Das da... Anzeigen lassen. Geht doch. Denn von hier... Nach da... Von hier... Wirst du mich jetzt veräppeln, dass hier Ort belegt ist? Ach, nicht genügend Geld. Ach, nicht genügend Geld. Da da... Ein Darlehen. So. Von hier... Nach da... Und von hier... Nach da... Und... Hier irgendwie ein Bogen. Dann machen wir halt eine... Linie von hier... Nach da... Nach da... Nach da... Nach da... Aber... Okay. Linienübersicht, hat man hier sowas? Ja. Habe ich jetzt eine Linie gemacht? Ne, so. Gehen wir mal so rum. U-Bahn-Linie Werkzeug. Ziehen Sie die Linie von der... Ach so. Ach, ihr habt die auch gebaut. Ah, verdammt. Glaube ich, ne? Wird doch in beiden Richtungen. Wird doch in beiden Richtungen. so neuer versuch aber von der zu der denn zu der wo habe ich denn hier eine linie ein wartet mal nein das sollen wir auch nicht muss doch hier irgendwo so ein linienübersicht haben nein 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 ach da steht doch linienübersicht wir löschen mal die einfach jetzt schnell mal raus dann lassen wir das irgendwo irgendwie irgendwo da hast du wie idee wir machen jetzt von hier nach da nach hier nach dort dorthin und da wieder anschließen dann machen wir von hier nach da nach dort ach so die dürfen wir nicht vergessen das da kann ich hier die ja haltestellen 6 fahr fahrzeuge 0 muss ich irgendwie noch ach hier fahrzeuge ah ok passagiere 0 das schauen wir später mal dann schauen wir jetzt mal kurz hier rein das was wir kaputt gemacht haben ähm ähm Daraus wieder Industrie. So, wir machen Verluste, warum? Stadtkasse, ui. Ah, hier oben ist immer noch Verkehr. Wo habe ich aber jetzt hier die... Wie dient die Passagiere letzte Woche? Null. Nicht genügend gebildeter Arbeiter. Okay. Strom sieht gut aus, Wasser auch. Wir brauchen von allen etwas. Was ist, wenn wir hier noch ein Industriegebiet hinmachen? Dann würden die Waren ja nach da bekommen. Das liefert dann so auf die Ecke, die Ecke. Dann haben sie hier die Autobahn gleich als Anbindung. Oder halt probieren gleich. Ach komm. Gehe das da einfach so durch. Ach so, dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie Strom hier rüber kriegen. Das könnten wir ja so schaffen. Denn... Müssen wir Wasser gucken. Halt, dort war die verkehrte Taste. Tickchen rüber. Tickchen rüber. Machen aber dann... Wir machen aber den... Verkehrt. Ach komm, wo ist der? Machen wir so. dann batschen wir gleich hier feuerwehr polizei warte mal wenn wir schon hier sowas hinsetzen gebäude leert sich das ist doch top verbrennungsanlage wollen wir dahin so dann kann sich das hier leeren aber ich weiß immer noch nicht was das hier ist moment will umschlags lage und müllverarbeitungs lage dann bräuchte ich hereintritt ist die beiden und die da und was machen die denn aber er kommt moment da ja doch ganz schön hoch industrie ist jetzt hätten wir die maschine rüber machen wir hier dann können wir wenn sie schon dabei sind so dann hatten wir doch hier sowas das hier suche ich machen wir mal hier ein päkchen hin dann nehmen wir noch das hier so daraus machen wir denn hier nochmal büro hin wichtig und richtig hier machen wir wieder mal gewerbe hin so wie da und hier machen wir noch ein paar büro gebäude machen wir hier mal gewerbe hin hier so paar wohnen dingsbums die so wie hier so dann haben wir jetzt von jedem etwas hier haben wir ach so kurz sagen da sind ja schon welche damit sie mal bebaut wird und dann machen wir hier noch ein bisschen industrie hin was soll der geiz ne bis die werden jetzt noch mal kurz abgerissen so aber was sie noch machen könnten ist war vielleicht doof einfach mal können sie denn da oder tier trompetengarten machen wir einfach mal mehr können wir auch nicht machen jetzt fehlt uns geld aber können die u-bahn stationen verkehr abholen ich hatte hier leben nicht noch eine überfahrt geschaffen von hier denn so dass sie da auf der autobahn hier einmal noch ein überweg vom industrie rein ins gewerbe wohnen und da tauscht dich da hier ein ach so hier dennoch dass wir die hier vielleicht ein bisschen entlastet bekommen weil hier ist ja schon mal kein stau das ist ja schon mal top sagt die autobahn soll es ja halt noch ein bisschen verteilen sagt eigentlich der müll müll depolinen auslastung müll verab da zieht ja schon mal dass sie vielleicht irgendwann mal die müll depolinen das sieht ja schon mal dass sie vielleicht irgendwann mal die müll depolinen die ich sag mal wo der denn hin ach der will du nur dahin was das sage ich denn jetzt gemacht wo will der hin aber ich sag mal eigentlich geht's mit dem gestärbe gestärbe von gebäuden denke ich guck mal hier siedeln sich schon welche an weil dann kommt jetzt die mülle von hier von hier von da von dort von dort das müsste doch irgendwie irgendwo doch klappen gehen wir jetzt mal kurz hier rauf 22 pro woche touristen sieb ok wo war jetzt noch mal das linienwerkzeug ruten kreuzungen ruten kreuzungen linienübersicht u-bahn ok guck mal passagiere 186 124 sind ein paar zuglinie bus ist ja klar ja bus aber ob ich ein bus mach ich sag wenn wir noch irgendwann mal geld haben moment wo war das jetzt linienübersicht na das wollte ich gar nicht könnte man ja hier noch irgendwie eine u-bahn anbinden die dann vielleicht irgendwann über kreuzend so arbeitet ziel die firma war das eben die firma dann könnte man hier oben vielleicht hier ein bisschen industrie ist ja gerade ein bisschen runter gegangen hier oben anfangen wohnen und gewerbe könnte man die autobahn auch hier einmal nochmal anschließen müsste man bloß vielleicht gleich wirklich so rüber bauen dazu nicht alle hierhin wollen oder da dass er halt hier ein bisschen was kriegen büro glaube ich brauche ja nix oder kann man hier rauf gehen was hier hat jemand die jemand eine ahnung wie viel strom diese stromzähler verbrauchen es wasserwerke widmen ok ja oder vielleicht hier irgendwie noch was mit müll weil die kommen hauptsächlich über die seite jetzt hier ja noch das wieso mit mülldeponien das wollte ich nicht ab 32.000 öko ach so ok schiffe hafen aber wie sagt das mit dem hafen habe ich auch noch nicht ganz verstanden fahrende depot könnte ja hier oben vielleicht auch was über den hafen machen aber und bevor die haltestelle ach so ok aber ist ja die frage würde man das hier hinkriegen ab 32 frachthafen wenn man das hier nachher so hinbauen können könnte man hier auch noch ein frachthafen hinbauen dafür könnte die brücke nicht hoch genug sein und die ach da hier ist zwar immer noch verkehr aber das hier sonst war hier riesen stau aber ich will auch nicht so viele kreuzungen schaffen das könnte man gut da habe ich ja eine ne aber die wollen ja jetzt alle da was ist wenn wir eigentlich auf dieser höhe einfach auch noch eine straße rein zimmern könnte sich das doch vielleicht ein bisschen verteilen weil hier oben ist ja nichts los aber das hier nimmt wenigstens welche an das hier oben ach so das kann ich ja hier einsehen verkehr guck mal das nehmen hier auch viele an klar pottenrot hier und die halt ne hier was ist wenn wir das hier noch anbinden daraus eine einbahnstraße mehr das wird vielleicht die verkehr hier auf den kreuzungen so ein bisschen verteilt bekommen ja gut die ecke verlangt gebildete arbeiter ne ach guck mal jetzt machen wir auch wieder plus budget steuern sind wir ja schon achso ach ich idiot ich habe so viel geld verschwendet wir sind mal so kacken 3 machen das auf zwölf prozent das habe ich voll vergessen guck mal 8000 verdoppelt 9000 11 der rubel läuft hier ist aber nicht so viel los was ist wenn wir aber noch busse einsetzen vielleicht hier so innerorts vielleicht hier so innerorts na ich würde ja denn hier hinten schon irgendwann eine u-bahn machen 26.000 ja wie lösen wir das mit den gebildeten arbeitern guck mal hier ist doch eine uni ach so universität universität oberschule 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 habe ich zwei oberschule nebeneinander ja das ist aber ärgerlich grundschule 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 ach so jetzt zeigt er mir ok oberschule ich habe hier zwei oberschulen nebeneinander blöde oder blöde 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 das grundschule das grundschule oberschulen aber jetzt da 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 universitäten das verstehe ich zwar nicht warum das hier rot ist bibliothek jetzt hier ist das aber auch ein bisschen mehr los geht er will dahin der auch aber was macht diese uhr 71 auch wir können links kurz gucken 400 300 aber weg das kleine gebäude da ja weil die gebildeten arbeiter so dings ist gar nicht glaube ich das problem jetzt jetzt ist das problem gebildete arbeiter vorher waren manchmal materialmangel oder gütermangel sagen wir mal so 27.000 was sagt eigentlich hier können wir mal hier anmachen kriminalität was sagt bevölkerung guck mal hier habe ich linienübersicht gesundheit gesundheit stufen okay verkehr der schmutzung ja okay haben wir das auch oder lärmbelastung oi 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 ausgehen ne import export könnte man ja vielleicht überlegen hier auch noch ein zug oder hier unten den sie sie ja das ist dat Wie gesagt, würde ich gerne hier rauf. Ein Hafen. Ein Frachthafen. Aber, ich sag mal so, in diesem Sinne. Sag ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Mach's gut.